Herzlich willkommen bei deinem ersten Tag bei Vona Denne. Ich bin Josi und ich bin im dritten Ausbildungsjahr als Mechatronikerin. Hallo mein Name ist Mike, ich bin im zweiten Ausbildungsjahr. Wir nehmen euch heute mit und wir gehen jetzt erstmal essen. Hey, schön, dass du heute dabei bist. Wollen wir gleich loslegen? MechatronikerInnen sind die Allrounder der Industrie, denn sie montieren, reparieren und überwachen Produktionsanlagen. Bei Vona Denne sind das zum Beispiel Beschichtungsanlagen für Glas, Folien oder Wafer. Schauen wir uns mal an, wie das in der Praxis aussieht. Mike beginnt heute in der Montagehalle. Vielleicht hast du ihn schon mit dem Kollegen aus dem Lager entdeckt. Im ersten Lehrjahr lernst du die Grundlagen wie Metalltechnik, Elektrik, Elektronik, Steuerungs- und Messtechnik. Ab dem zweiten Jahr bist du dann Teil des Alltagsbetriebes, so wie Mike hier. Er montiert gerade den Antrieb für eine Produktionsanlage. Das ist allerdings nur ein kleiner Teil, denn so eine Anlage setzt sich aus sehr vielen Komponenten zusammen. Das hier ist eine Turbomolekularpumpe. Sie erzeugt das Vakuum in der Anlage. Genauso wie die Anlage selbst aus vielen Teilen besteht, müssen bei den Arbeitsschritten viele Personen zusammenwirken. Als Mechatronikerin arbeitest du deshalb sehr eng mit vielen anderen Arbeitsbereichen zusammen. Du bist die Schnittstelle zwischen Elektrotechnik und Mechanik und sammelst in der Ausbildung in vielen Bereichen viel Erfahrung. Josy und ihr Kollege führen jetzt die letzten Montageschritte aus. Sie stellen sicher, dass alle Schaltungen und Steuersysteme funktionieren und richtig eingestellt sind. Denn... Als nächstes kommt dieses Magnetron an seinen vorgesehenen Platz, als Teil dieser großen Beschichtungsanlage. Gemeinsam mit dem Physiklaboranten bringen sie das Magnetron in Position und nehmen dann die Anlage in Betrieb. Als Mechatronikerin musst du nicht nur selbst verstehen, wie die Anlage funktioniert. Du kannst auch erklären, wie die Steuerung programmiert und bedient wird. Wir haben hier eine Fehlermeldung am RSM03. Das müsst ihr euch mal bitte angucken. Du gehst mit moderner Messtechnik auf Fehlersuche und beseitigst sie. Außerdem wartest und reparierst du die Anlagen. Josy, Mike und die KollegInnen aus den anderen Bereichen haben sich jetzt erst einmal Mittagessen verdient. Wir hoffen, du hast heute ein paar spannende Dinge über die Ausbildung als Mechatronikerin bei von Ardenne gelernt. Tschüss und bis bald!